Dein Master, Deine Zukunft, Deine Hochschule Hallo und Willkommen zur Vertiefungsrichtung Wirtschaftsinformatik. Ich bin Prof. Dr. Martin Vogt und der Vertiefungsrichtungsleiter für diesen Studiengang. Schauen wir uns doch einmal gemeinsam an, was es mit dem Master Wirtschaftsinformatik auf sich hat. Unsere moderne Welt dreht sich immer schneller. Warum das so ist? Weil digitale Möglichkeiten die Wege verkürzen, Informationen noch schneller transportiert werden können und uns immer mehr und mehr Wissen vermitteln. In dieser Welt der Informationsflut auf Display und Co. braucht es verbindende Elemente, die für einen Austausch von Informatik und Wirtschaft sorgen. Künstliche Intelligenz und Industrie 4.0 waren für mich nicht ausschließlich geflügelte Worte, sondern tatsächlich reale Dinge, die mich besonders interessiert und gereizt haben für meinen beruflichen Werdegang. Und das ist halt insbesondere auch der Grund, warum ich mich dann für ein Studium der Wirtschaftsinformatik entschieden habe. Von der Industrie 4.0 über die grundlegende Data Science bis hin zu Themen wie künstliche Intelligenz und digitale Transformation. Das Datenzeitalter erfordert das kombinierte Wissen von Wirtschaft und Informationstechnik. Was mich am Studieren in Trier am meisten beeindruckt, ist natürlich die Praxisnähe. Hier wird mit modernsten Technologien und guten didaktischen Methoden das Wissen vermittelt. So lernt man nicht nur besonders effizient und schnell, sondern auch schon mit den Technologien gut umzugehen. Im Studiengang Wirtschaftsinformatik am Fachbereich Wirtschaft der Hochschule Trier sind Theorie und Praxis keine Gegensätze, sondern gehen Hand in Hand. Das gestaltet das Studieren abwechslungsreich und macht den später ausgeübten Beruf schon während der Studienzeit greifbarer. Alleine lernen war gestern. Gemeinsam ist heute. Gestalten wir gemeinsam die Zukunft beim Studium der Mastervertiefungsrichtung Wirtschaftsinformatik. Dein Master. Deine Zukunft. Dein Studiengang.